Kennt ihr das, ne? Ihr seid oben in der Luft, da ist alles doch so scheiße animiert, wenn wir da runtergehen, dann wird das richtig alles geben. Nö, bei mir nöt. Auf PC ist das viel besser. Nenn ich weiter weg, wenn es das manchmal gibt. Keine Ahnung warum. Alter, weh, mich schießt noch mal so ein Wichsgesicht in die Frats, Alter. Oh, weh. Ich hatte einen Wichser niedergestreckt, Alter. Da kommt noch so ein Pissgesicht. Nö, Digga. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen, ich hab keine Waffen. Nö, ich hab gar nix. Hilfe, Joey. Ja, er. Wo ist denn der? Ja, weiß nimi, wer kommt denn zu dritt oder was? Dann mal ab, die Karte, komm her, mich schmoll oder was? Na, von nimi, ich hab grad noch keinen Bock mehr, ich hab noch einschließen, komm. Und tschüss. Und YouTube, ne, und das gib ich mir nimi, Alter. Dreimal in die Frats, Alter, ein Schluck, bis er fettmamm am Kacken. Nö, und YouTube, und tschüss. Ne, kein Bock nie. Und tschüss. Fuck you, Alter, ohne Witz. Nö, nö. So, wenn die weitergeht, wie ich das will, dann... Nö, ich hab schon geschlossen. Alter, ohne Witz. Tschüss, ich kippe da nix. Ja. Alter, ohne Witz. Was ist denn mit dir, du Sams-Gesicht? Was ist denn jetzt die Fresse oder was? Komm her, du Sams. Können wir trifft noch nicht. Oh, ich muss grad abschließen in die Frats. Was? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ich komme dann nach wenn es jetzt so weit bin, wenn es so weit bin. Ich küsse meine Arme, selber, selber, selber. Alter, da kommt man an so ein Schwitzgesicht, Alter. Da kommt man noch einmal. Dann... Ne. Ich geh raus. Fortan raus. Löschen. Weg. Nein, da hat die Pumpe. So du Fotze! Mann! Ohne jetzt kommt der mit der Pumpe! Ne. Alter, da geht man ihn gar nicht ab. Ich hab' das gekönleid, aber es ist ein paar. Ich bin ehemalisch, du hast ja. Ich bin ehemalisch, ich bin ehemalisch. Ich bin ehemalisch, du hast ja. Ich bin ehemalisch, du hast ja. Einmal raus. Über mehr, über Straßen, mach nicht mehr drauf. Ich wollte weg, rück' nur hin zu dir. Ohne nicht hier! Endlich halte ich dich in meinem Arm und ich wusste irgendwas schaff ich den Sprung zu dir. entschuldige und 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 die 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 wo ist eine dicken komm ich hab lau pumpe da ich schieße in die fraz die fraz kriegt alter ich meine andere schieße die fraz oder ich getechen die fraz du kleine missgeburt wo du bist man ohne witz gleich ne mehr alter gleich nicht mehr ja gleich nicht mehr alter gleich vergesse ich mich aber ohne gleich verkehrt die schocker so gut oder dass da gehen aus dann die feierabend alter noch diese dann meine nerven mein nerven gaming so ne da kommen die rund davon ne ne was hat er da dann ne viel zu hässlich kannst du nicht vergessen oh hat da wohl den maul guck einer von euch zu ich habe gefahrt ob einer von euch zuguckt hat nico gesagt ja ich ja aber ich habe ich 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 bin nicht auch schon lang verzögerung ja Tomatenkorb, Papierloofen, alter falsche Knopf gedrückt ja ich sage es ja Fernseh kaputt wo steht denn da ja 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 Okay. Ich komm doch wieder vor. Ich hab Kofferfrauen. Was, willst du verarschen? Jetzt bin ich... Oh, mein Mann, der Kopf hat heute wirklich... Bist du gerade rausgegangen? Nee, noch nicht. Noch bin ich im... ...match drin. Digga, du musst nur rausgucken, alter. Hm, Treppe war ein Boden. Oh, hat sich verbaut, wie den Niko. Der hat sich verbaut, wie du. Digga, das hat ver... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, wow ich hab dich wohl noch nie. Oh, okay, wohin, mentioningested machos falando... ...ich hatte ich mal dazu. Nee.... genau zu zweit hat er mir durch meine fresse zu zweit kommen die ich gehe auch ein alter doch nein ist mir egal ich hab die schnauze voll von fortnern da ohne witz ich bin eben hier letzte runde also mit namen so ist raus die schlecht fort oh god mine, nee, nee samstag das lied geht immer er weiss immer wenn ich das lied höre da muss ich immer ran denken da das wir saufen geht wir uns die im Geburtstag dafür kommt sich auf dumm voll die Kunde auf die Kunde gestoßen das war so geil, alter. Heute mir Bier, bapapapam, hat er sich fast in die Strasse an die Sänge gestoßen. Richtig geil, zweimal hintereinander, alter. Ich muss mich kaputt lachen, alter, ich bin ein Idiot. Mann, Handy, alter, ohne Witz. Ich hol dir Bier, bapapapam, der kommt und ich bin ein Idiot. Zehn Minuten, ich bin da, bapapapapap. Handy, richtig genug jetzt. Ich schau mir das alles wieder an. So ging das. Ich war übertragend mit, alter. Du wirst das nicht tun. Nicht, geht das eh hier, offline. Warum Handy nicht, macht man das, soll. So, hier, Erbenbodenbasis, Schiff hier, alter Pesch. Nee, wir gehen tildet. Kannst du vergessen, wir gehen tildet. Wer? Mia. Ja. Jetzt habe ich die Schnauze voll, weil krachtest. Gut, zählte diese da. Du bist, du bist, du bist, bin ich unten. Ja, ich habe auch ertragend gut gemacht. Ah ja, besser ist das. Ich kann ausnehmen Kirche gehen, komm mit mir, ausnehmen Kirche. Äh, das ist ein Gegner, äh, das ist ein Gegner. Der, der, der hinterladen, laden, laden. Das ist unter den Laden. Ah, warte, ich land, ich land hier oben. Keine Waffen. Ey. Ja, deswegen bin ich hier nicht ganz schnell. Sag zu mir, laden, laden, und verpiste dich, alter. Ich, nee. Ich komm jetzt, alter. Ja, ich höre, wie die Gegner auch kommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, fräck. Ja, ich bin runtergefallen. Ich brauche Hilfe. Warte. Ich hab außerdem Paddle gedrückt. Bin ich Nulli, alter. Ja. Ja, ich hab Paddle gedrückt. Der Händen des Dings. Komm, die hol ich mir gleich. Ich hab noch keine Waffe. Ja, ich geh auch nicht außer der Scheiß-Teil da und noch die AR, alter. Schau dir mal da her, alter. Warte, frechbar. Ja, lass mal so kaputt, dass du Lass vermisst oder so. Komm, echt. Wir wieder reden. Ja, hol dir die Heavy, alter. Ich höre die Granaten. Ey, geh aus dem Baumodus raus. Hier ist AR. Ja, wo ist's? Wo denn? Bei mir. Hier. Wie das ist, Alter? Gelde, Alter. Gegner, kommen. Gegner. Geh, Keller. Geh, Keller, runter. Gegner, komm, weg. Eigentlich großartig solar... ist's leer, Melody. Er ist's leer, alter. Geh, n'n'g'n'g'n'g'. Wenn die fucking 488-Teil hat. alles raus halte ein halb ich niedergestreckt offline doch offline der eine schon so egal einfach ein damit handymann ich hoffe die panzer folie ab panzer glas weg kann man klicken ein nico ich guck so krieg eine antwort der dritte bruder muss los dem spaß nicht keine antwort das ist ein bisschen zu dumm einfach auf den linken knochen knochen ich war doch gerade noch da ist panzer klassiker rissen alter hey nico hey nico ich wollte noch hi sagen das ist ja mit dir du samsgesicht und du samsgesicht die Alkohol ganz gedeckt mehr weiter die Knoll schweigt das hat in den Arsch gut zurück in der Barthofenbisschen ganz ruhig das verschieft die Wüste er kann man auf dem ding in der landen wirklich nicht aber ich bin zu weit oben sein lande wo bist du ja ich bin noch höher ich bin unten geschichte alter gegner was sollen die scheiße keine paren ich habe ich habe gar nichts ich bin ja dings ha ha kuhnepam isa jacquette isa medikett isa halle isa ich komme zu dir leone das ist aber nicht bei mir ist nicht nur gegner ne und ich bei den gegner ja ne ich hab da nicht gedrückt aus raster ist da der baut auf dach ja ich weiß ich hab ne eiermptpistole ich hab pumpe ja das ist cool ich hab nicht ich versuche so gut mit eiermptpistole zu helfen aber die kann ich dann nicht machen ja warte das war unankommen ich brauche ein bisschen material ab ja ich hab ihn mitgegeben ja ich hab ihn mitgegeben alter ne ohne witz ne 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 zieh dir die scheiße rein alter ohne witz ich hab ihn mitgegeben gleich gar nicht mehr ne ich lese es nicht nicht richtig dutsch nicht dutsch richtig ja ich bleibe im august des storms august des storms im auge des storms ja ist aber richtig deutsch wer bleibt im auge des storms ja ja wie diesen beruf ja die können dann noch mal deutsch schreiben die idioten das hört ihr mich gut so ja noch mal schiff die schiff zu zweit da hinten mal kontroller kann ich auch schreiten da ist man dreckig menschen drohte lebkuchen der depp glaube ich wenn du kill machst ja hab ich mal gehört der macht dann sagt dann irgendwas ja wie zu hoch nicht nötig wenn ihr noch ein schützer hinkommen also noch ein schwitzer wie eben dann ist es ja kein einziges vergesse ich mich auch so hat von an alle reise aber gut ich weiß schon gar keine waffen ja moin ja und ne ar was darf ich mit der ar alter pumpe ja oh wey ich habe auch nur ne ar also ne scali ich brauche pumpe und man hat es gehört das bin ich ja wir gehen mir noch voll auf die geistige Dinge wenn die gegner benutzen ich mag die selbst deswegen verschwende ich die immer ich habe noch ein mini für dich wenn du ihn brauchst ja erstmal brauche ich ne pumpe und wenn nachher wache wäre schon weil also ich bin auch besser mp habe ich selber hier ist ne wo taktische kein taktisch war ja so mache ich das auch ich habe keine pumpe wenn ich die pumpe finde es pumpe als erstes zweite mp und als drittes die ding ist da drück ich im guten hit mit der pumpe und da übrigens er fragt naja revolver wenn du brauchst und hier sind noch mehr minis das ja bei mir kannst du mitnehmen verdiene scheiße weil ich habe ein sniper oder willst du sneaker haben ich habe scheiß jagdgewehr alter wie würdest du ne sniper haben dann nimm ich die minis mit wenn du willst was wie ne sniper ist rapizier blau mit muni willst du jagdgewehr blau dann bleibt die tier weil du immer so viel jagdgewehr mit schleppst und ich finde es entscheidet zu oft für sniper bruder gebe ich dem lehrer mal auf ehrenbruder basis naja ah hier ist ein bisschen fliehen joey hat die ah ich hab die doch ich hab sie da doch die sind bei mir im dritten slot da hab ich die hier bin ich doch am sack ja ja lass mal holzer gucken gehen ich werde dann auch gegner bis wir müsse schwimmen oh ne pumpen dann mach ich ja gar nicht ja ich suche auch mal eine einfach stoff oh immer macht die zinklinie kaputt naja alter jetzt mal ohne wild da gibt es doch nicht ja ich hab das geharr für dich leon bauchst du grad ab ja bei mir im haus wenn du bei mich bei wenn du bei mich kommst dann ist da ein SGH in dem raum mini kill brauchen wir immer ja hast du verbände ne brauche ich nicht wir haben ja medica 1 ja lehrmann ich noch als dem kampf immer die innen eine richtung ab ich habe dadurch jetzt fast 400 schon mal und das ist sehr nützlich deswegen habe ich auch immer so viel und so schnell holz wir spielen auf pc selber oder ne bis hier hast du gegner gegner wo jetzt die bäume nicht ganz abbauen ne mache ich nicht da kriegt man Luftballon hier rum ah ja damit pushen ne können wir nichts machen ja wir können in der luft ein paar hits geben wenn wir treffen ja aber bringt das hat er schon ein paar hits geben in den pushen hat der lowlife wir haben mehr naja zusammen 200 leben hat ja richtig schießen wenn er der luft dann schon kein blue life mehr brauchst du ab ja klar ah boah die flugzeit hab ich nicht gesehen alter die sind ausgestiegen aus dem flugzeug da ist ein pfeil anscheinend da ist der gegner mit der luftballon ich hab leider nichts getroffen hab leider nichts getroffen ah hier einer der hat 47er gekriegt blau äh ich treffe leider gerade nicht genau 24er 23er wow der ist am äh da ist eingebaut gell ja ja pass auf das fenster auf soll mir hingehen soll mir hingehen soll mir hingehen dann spiel ich mit mp ne ey die rückte bucke runter ja komm lass pushen dann spiel ich mit mp das ist kein problem für mich hier ich guck dir auch money warte hier ah danke komm weil ich kann relativ ein bisschen mit mp umgehen so komm fuck du kannst das nicht ich hab leider gefunden ne ja ich nicht hab ich falsch schaden gekriegt der ist da ich weiß er ist bei mir bei mir nicht gestiftet ja komm ja wie denn komm er schießt mir den kopf der da baut wie profi fahrer leichter ist scheißegal ja lass wir uns in die zone in die zone alter der ist irgendwo da unten wo müssen du jetzt weg ach zu mir hat hier irgendwo eine falle gebaut der ist da drin der ist da drin soll mir pushen da bei mir ja dann komm da drin hier hä genau raketenwerfer ne ne ich spieg kein fordnet mehr vergesse es schnauze voll na ich weiß schon nicht weil er ist ja alter nur noch schwitzer da kommen die aller möchten sich alle an wie die kakalaten ja wie viele mücken eine töten kommen 100 zur beerdigung alter eine wirkliche ohne witz ist doch übel nervig alter leon ist drin lasst denn mal zur party einladen da kann man die eier lecken da kann man die eier lecken ja das chill ist drauf eigentlich ich weiß ihr könnt ja spielen aber ich schwirn ich hab die schnauze voll von vorne alter ohne witz naja vielleicht klappt es ja beim ziehen ne ich geh offline alles 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 Vielen Dank.